Okay, dann machen wir das mal hier rein. Und Start. Ja, und hier machen wir die Tür. Rein ist verriet. Ach, jetzt muss ich die olle Dings wieder aufbauen. Ja, das hat sich nämlich gerade auch. So, da muss ich ja hier, warte, 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 wie war das denn nochmal? Äh, da, tragbare Raffinerie. So. So. Und, was war das andere? Ups, kann ich hier hoch? Ach, ja, kann ich schon. Konstruktionsforschungsstation, die stelle ich auch gleich mit hin. Die bleibt, also, das wird jetzt hier erstmal meine Basis, wo ich immer hin und her kann. Das ist jetzt erstmal so. So, Treibstoffvorrat. Na toll. So, okay, das haben wir schon mal. So, und was müssen wir jetzt hier verrieten, ne? Geht's ja auch nicht. Verriet. Ähm, so. Äh, wie kann man das halbieren? Schnell teilen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauchte dann von dem Ferit. Ähm. Ich hab schon wieder vergessen, wie viel ich da brauchte. Jetzt hab ich nicht mehr genug Kohlenstoff. Ich dreh durch. Das finde ich nicht lustig. Nein, das ist es auch nicht. Oh, Mann, Mann, Mann. So, wo ist die Scheißpfeil? Da. Diese glitschenden Würmer, die hört man Gott sei Dank im Haus. Hört man die Platz, Gott sei Dank nicht. Dauerstoffverriet. Also, niemand wird mich ja da rausnehmen, ne? Sollte. Ich kann mal noch klein das mal rein. Wandel noch gleich das rastige Dings um. Zu was? Zu was kann man das denn umwandeln? So, was sollen wir erlernen? Video erlernet den nachher. Das war ja immer noch das. Den hab ich immer noch nicht. Hast du schon den Haus fertig? Ich hab ein ganz kleines Haus gebaut. Also wirklich klein. Natur brauchen wir nicht. Wozu? Zu Verriet. Oh, meinst du doch nicht. Jetzt gehen wir mal raus. Ja, jetzt gehen wir mal raus. Der Platz hier an Beginn. Kommt her. Okay. Welch ein Scheiß-Kreislauf. Aha. Aha. Ein Stopp einfüllen, um das Netz mit Energie zu versorgen. Das ist ja interessant. Was war bei uns? Ähm. Ja. Ja. Es ist kostenlos. Aha. Das ist ja... Wo bist du? Ich... In meiner Basis. Ich mache das, was hier steht. Dieses... Erforschen, diese komische... Bio-Treibstoff-Dings da. Wo bist du denn? Ich habe noch nie mal eine Basis. Du hast keine Basis? Nein. Ach, sie baut das Taj Mahal. Ach so. Warum? Das stimmt überhaupt gar nicht. Was hast du jetzt gemacht? Zweimal zwei Meter oder was? Ich habe ganz klein gemacht erst mal. Ich habe... Ich will ja... Im Prinzip will ich ja gar nicht hier bleiben, ne? Wollen wir hier bleiben, ey? Ja, für das Erste bleibe ich jetzt erst mal hier. Das steht schon mal fest, bis wir das Tutorial abgestoßen haben. Ja. Und dann schaue ich mal weiter. Also das bleibt jetzt erst mal meine Basis. Ob dir jetzt was taugt oder nicht, sei dahingestellt. Ich will es hier über mir haben. Kann man das nicht? Ah, Ferit, stopp. Äh? Alter, Vater. Ich will doch nur ein Dach über den Kopf. Herr im Himmel. Boah, jetzt habe ich mir wehgetan. Shit. Ja. Ich habe das... Äh... So. Erledigt. So, jetzt habe ich auf jeden Fall erst mal eine Buchte. So. Villa Colonia betreten. Villa Colonia. So. Jetzt war das... Wir mussten... Jetzt hier dieses hier, ne? So. Und dann mussten wir... Oh Gott, wie war denn das jetzt weiter? Wie war das jetzt weiter? Okay, das kommt dann... Um das Toriel abzuschließen, müsst ihr auf den Eisplaneten zurück. Wieso denn das? Nein, nein, das ist nicht dein Ernst. Das ist ein lachender Hai, ich weiß nicht. Guru, Guru sagt den lachenden Hai. Nee, nee, nee. Ach ja, jetzt warte mal, jetzt musste ich ja hier ran. Okay, ich habe drei geborgene Daten und du? Keine Ahnung. Da falle ich nicht. Weil wir müssen ja den Biotreibstoffreaktor, den muss ich ja jetzt erst mal machen. Ja, den muss ich ja jetzt erst mal lernen. Lernen. Okay. Und dann... Speicher, Signatur, einmal aktiviert, bieten Signale einen dauerhaften Navigationswegpunkt, um wiederholte Besuche an bestimmten Orten zu erleichtern. Also was ich überhaupt nicht rappe, wie man diese Stromkabel wieder wegmacht, wenn das nicht richtig ist, das rappe ich überhaupt nicht, ja. Also ich muss jetzt erst mal diesen Dio-Bio-Bio-Dingsbums-Reaktor bauen. Also du bist schon weiter als ich, ne? Ja, das kann sein, aber das nützt ja nichts. Ich brauche eine Metallplatte. Ich habe halt das noch nicht gebaut gehabt. Metallplatte, kein Ferit. Warte mal, du hast gesagt, mit dem Schrott kann ich... ...Sperit machen. Warte mal, du hast... Stimmt, ich erinnere mich, man muss da auf dem Eisplaneten nackig einen Marathon laufen, um das Tutorial abzuschließen. Ah! So, und da ist er jetzt. So, jetzt kann ich hier eine Metallplatte bauen. Dann kann ich diesen Bio-Streibstoff-Dingelskirchen bauen. Ja, und dann musst du... So weit bin ich auch. Oh, sonst ist doch nichts. Geht der jetzt falsch rum, oder was? Das ist, glaube ich, egal, wie rum der steht. Der UFO ist leer. Coolen Stoff. Technologie aufgeladen. Stromnetz-Status nicht verbunden. Ah, okay. Und jetzt? Warte. Ich verstehe dein Problem. Was? Ach so, ja. Verstellbare Technologie. Also, du hast jetzt die elektrische Verkabelung gemacht. Oder was hast du? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das geht ja nicht. Ich hab das Ding da... Hast du das als nächstes freigeschaltet? Ja oder nein? Ja, das steht doch auch da unten. Du musst... Das kostet null Punkte. Das musst du als nächstes freischalten. Das sind die Kabel. Okay. Was kostet null Punkte? Aber was du dann machen musst damit, das weiß ich nicht. Ja, Kabel ziehen. Wohin denn ziehen? Ja, zu diesem Tor. Welches Tor? Da ran und dann da ran. Zack. Das ist nur für das Tor, oder was? Ja. Das muss ich zum Beispiel nicht, dass man das... Das hab ich jetzt vermutet. Aber ich trau mich nicht da durchzugehen, weil ich nicht weiß, wo ich lande. Hast du das jetzt, äh, gemacht? Ja, nebenbei. Nein, ich bin noch nicht so weit. Mach erstmal da... Nein, nein, nein. Ich warte auf dich. Komm, wir machen das. Wir machen das alles zusammen. Ja, ja. Aber was willst du denn jetzt? Ja, wenn du durchs Tor gehst, geh ich auch durchs Tor. Ja, ich... Wie gesagt, ich muss erstmal gucken. Mach da erstmal weiter. Ich bin noch nicht so weit. Ich brauch noch einen Moment. Ich muss erstmal hier noch... Wie kann ich... Jetzt mal eine Frage an den Chat. Wie kann ich Sachen, die ich hier habe, mit den Sachen im Raumschiff... Ähm, so, 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 weißt du, ähm, wie nennt man das? Ich hab keinen Platz mehr im Raumschiff. Okay, hat's erledigt. Synchronisieren wollte ich das mal. Dieses Stromteil ist nur für dieses Tor, oder was? Oder wofür baut man dieses Ding? Momentan nur fürs Tor. Ich weiß nicht, wofür man das sonst erstmal braucht. Braucht man da auch bestimmt für noch was anderes, oder? Das ist doch ein Spiel dafür. Ja, aber momentan war ja die Aufgabe, das Tor zu machen. Ach, das Raumschiff ist zu weit weg deswegen. Aber ich kann ja hier nirgendwo mein Raumschiff hinrufen, oder? Warte mal, X. Landung nicht möglich. Aber warte, so. Oh, der Affi ist doch so'n Ding. Jetzt landet das Flugzeug auf den Würmern. Fühl ich mich am wohlsten, ich weiß nicht warum. So, Jungs, was hast du? Da gibt's trotzdem nicht genug Platz. Kristall, die Kristall-Affi-Tandrein, oder? Nee. Wie kann man das denn synchronisieren? Kann man gar nicht, ne? Was denn? Was synchronisieren? Ja, die Sachen, die ich jetzt hier habe. Dreckiges Fleisch, iiiiih. Wo hast denn du das jetzt her? Ich habe keine Ahnung, du hast das, du bist schuld. Wieso ich? Nein, 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 nein. Ah, da ist noch so'n Ding. Okay. Eines Ferit Ferit. Leben der Schleim. Magnetisiertes Ferit. Also, krass ist ja, was man für Unmengen an Zeug kommt, ne? Also, das ist, äh, das ist schon irgendwie sehr heftig. Also, nützt es hier noch nicht. Oh, diese glitschen im Würmer, ne? Ich muss mal kurz bei mir die Tür ranmachen. Nicht genügend Strom. So, dann bringen wir mal von hier jetzt noch so'n... Oh, ich habe gar nicht Start gedrückt, ich bin so ein Dödeltier. Nein, nein. Nein, habe ich nicht, Andreas, habe ich nicht. Ich bin so ein Dödeltier. Na gut, also, Strom hat das Ding jetzt anscheinend. Wenn wir jetzt da durchgehen, ich brauche jetzt eine ehrliche und schnelle Antwort. Wenn wir da durchgehen, wo kommen wir hin? Eine schnelle und ehrliche Antwort. Wo kommen wir hin? Raumstation. Und dann kommen wir auch hierher zurück, richtig? Teleporter, eh. Gila Kolonie. Ich kann zu dir reisen oder auf die Sobusch Endpunkt. Raumstationen. Hallo, Ili. Ja, wo wollen wir denn hin? Warte mal, ich will jetzt zu dir. Warte, ich komme zu dir jetzt. Nee, Raumstation. Echt? Welche denn? Ja, ich habe nur eine. So, Sobusch Endpunkt. Welche hast du? Ach ja, ja. Ich auch. Ja, dann nehmen wir die. Die hinwarpen. Warte mal, Konfliktstufe gewalttätig. Ja, macht doch nichts. Okay, ich gehe da rein. Ja, wir gehen da jetzt mal hin. Ich muss da sowieso. Und dann beim nächsten Mal muss ich dann zu dir. Da bist du. Da bist du. Du bist da. Ja. Mann, Mann, was eine Geburt. Oh, weia. Hier müssen wir. Hier ist irgendwas, was ich hier machen muss. Also, oder? Ja, aber nicht mehr heute, oder? Nee, nee, heute nicht mehr. Hier kann man ja zuerst mal bleiben. Da sind unsere. Gegenüber kaufen kann man kaufen oder verkaufen. Also, hier ist der Kauf oder Verkauf. Okay, nee, ich will wieder nach Hause. Das ist mir hier unheimlich. Wie oft kann man das Ding nutzen? Ja, immer. Gott. Ich will, ich gehe zu Tiptup. Ich gehe Tiptup. Ja, dann. Komm jetzt. Bitte, bitte sei im Haus. Du hast es bestimmt hier draußen ausgestellt, ne? Nee, nee, drinnen. Oh, du bist ja genauso groß wie ich. Nee, das ist ja vier Stück. Ja, ja. Was hast du denn hier noch stehen? Was ist das? Eine Lampe, aber die ist noch nicht angeschlossen. Ich fand das so dunkel, aber die hat keinen Strom, die Lampe. Was ist eigentlich so laut? Das Ding. Alter, Paller, ey. Stellt man das drinnen rein? Du hast dir aber ein schönes Plätzchen gesucht. Naja. Also schöner als ich. Wir müssen ins Raumschild rein zum Speichern. Ja, dann muss ich nach Hause. Ja, du kannst dich ja porten. Ich bin gleich wieder. Also nein, ich bleibe weg. Warte mal, warte mal. Was? Das ist dein Raumschiff da. Nö, doch. Wo ist denn meins? Nein, das hier ist deins. Hier steht tipptopp dran. Hä? Hier steht tipptopp dran, wirklich. Hier steht, dass das dein Raumschiff ist. Das war jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen buggy irgendwie. Basis Terminus. Villa Colonia. Die sind ineinander verpackt. Ja, ja. Die stehen ineinander. Aber es kann ja nicht sein, meins müsste hier stehen. Klar, gerade war das irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das war gerade ganz komisch. Meins müsste... Aber wieso können die ineinander stehen? Die hier stehen. Aber wieso? Eicher Punkt. Idee, ich habe keine Ahnung. Nee, machen wir jetzt auch nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Ich will jetzt nur noch mein Fahrzeug zurückhaben. Vielleicht hast du es aus Versehen gerufen? Nein, das macht man ja mit X und muss man ja richtig hinstellen. Du musst es richtig mit X hinstellen. Ja. So, ich gehe jetzt hier rein. Ja. Ja, ich war schon drin gerade. Euer Raumschiff portet immer mit. Ihr braucht zwei Landungspads. Ah, okay. Egal, wo wir hingehen, unser Raumschiff kommt mit. Ach so, ja, okay. Okay, also jetzt ist gespeichert, oder? Es war doch jetzt gespeichert. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Sehr gut, ich habe auch raus. Lieber nochmal. Wiederherstellungspunkt gespeichert, okay. Eieieiei. Okay. So, also ich habe jetzt hier diese, diesen Dings, diesen tragbaren Dingelskirchen hier. Jetzt ist die Energie alle, aber es macht nichts. Das nehme ich hier mit raus. Extraanzug rein. So, fertig ist das. Treibstoffvorrat waren nämlich alle. Ähm, also, ganz ehrlich, ich war heute nur noch überfordert. Was warst du? Nur noch überfordert in einer Tour. Also, ich weiß auch nicht. Müssen wir mal. Also da werde ich tatsächlich in uns gehen. Ja. Das denke ich auch. Da werde ich tatsächlich in uns gehen. Aber das werden wir nächstes Mal sehen. Ob wir dann noch mit Sky am Start sind. Ja, mal schauen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja. Also, wie komme ich? Ich gehe jetzt hier raus einfach. Ja. Also, wie komme ich?